Und jetzt einfach loserzählen. Ach so, hallo, hier ist die Birgit vom Netzwerk Naturpädagogik. Und ich bin gerade auf den Hessentagen in Funkstadt. Und ich hoffe, ihr kommt auch. Kommt, das ist toll, das hier aussieht. Und ich sehe ja vielleicht auch ziemlich absurd aus, aber das macht überhaupt nichts. Kommt, besucht uns, es ist total super hier. Bumm, schaut mal, da ist die Birgit. Wir sind wieder da, wie jedes Jahr. Hilfe der Daumen. Also, einen schönen Tag wünschen wir und eine gute Woche. Mensch, Klau, du hast doch so blaue Augen. Guck mal, komm mal hier rein. Grüne. Komm mal rein hier. Da, guck, komm, wie gesagt, grau-blau. Grau-blau, ja. Wird sich mal vorstellen. Was passiert? Genau, das ist ein bisschen, das machen wir dann, wenn ich dann, wenn ich dann, wenn ich dann, die Seelagenruhe, weil es ist was länger. Nein, eben, da ist es was länger. Hügel, wie gut, drei, macht neun. Jo, bis denn. Sie macht mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hey, Hippi Langstrumpf, holla hi, holla ho, holla hopp, sa san. Hey, Hippi Langstrumpf, sie macht, was ihr gefällt. Okay, cool. Und das sind ja auch. Und da ist ja auch. Es tut dasselagenruhe. eker, dass du dich vertraust. Das ist ja auch. Und da ist ja auch. Du bist ja auch. Und da ist ja auch. Ich bin, da ist ja auch. Untertitelung des ZDF, 2020